Oh, ich habe vergessen, meinen Gunblade drauf zu hauen. Hätte ich das gemacht, hätte man es vielleicht sogar noch bekommen. Tja, naja. Ich habe gerade einen Farm geschnappt. Geh erst mal back, das bringt nichts in unserem Leben. Geh halt auch gerade noch. Ja, na, ich habe gerade noch 400, da paue ich. Durch das Gunblade kann ich mich eigentlich hier wieder auffallen. Na dann mach. Ich fahre noch ein bisschen im Jungle weiter. Ich muss echt aufpassen, ich habe mehr Farm als alle. Naja, wie gesagt, dadurch, dass ich mit der Orianna hier nicht so wirklich umgehen kann, und die mich ganz gut in den Schacht hält man hat. Ja, ein Bot behindert sich selbst, weil beide Farm brauchen. Hoffentlich hat er hier ein paar Kills gekriegt. Hier hat 5 Kills, ach die Scheiße. Okay, gut, ich sage nichts mehr. Ich kann gerade nicht helfen. Oh mein Gott, hier ist Z. Alter, ich hasse diese. Vorsicht, Z ist hier hinten. Ja, jetzt muss ich zum. Ja, aber ich verteidige den Tauers. Ich hasse das mit... Ich hasse das mit... Kack. Augen, die sie rumwerfen kann, er. Ich komme damit noch nicht klar. Ich bin nicht wieder. Ich musste nämlich letztens schon mal gegen die spielen. Mit Timo geht das noch. Mit Timo kann ich gegen Orianna ganz gut was machen. Aber mit Akali ist das immer so eine Sache. Ja, das Auge ist echt so ein... So ein Dorn im Auge. Das ist mir dein Dorn im Auge. Hier. Okay, ich gehe kurz zu meinem Blue. Bevor sich Z den schnappt. Z. Bevor sich Z den schnappt. Das wäre ja mega Z. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ach so, ich kann da glaube ich das auch schon draufhauen gehen. An sich, wenn ich an die Orianna randkomme... Ja stimmt, ich habe ja auch eine Laufgeschwindigkeitsverringerung mit meinem Sting. Das muss ich auch mal einsetzen dann. Der Punkt ist bei mir, an sich könnte ich die Orianna ganz gut rundhauen. Ich muss halt nur in Reichweite erstmal kommen. Ja und das ist der Punkt, ne? Einen Turm zerstört. Wer ist als nächstes dran? Eine Frage, was Zix jetzt hier? Was macht die jetzt bei mir? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die sterben gerade bei dir. Ja und jetzt erst mal... Einen Turm zerstört. Was die machen? Und jetzt erst mal einen Turm runter, okay. Sterben schaffen sie ganz gut. Ne, die haben mir jetzt den Turm runtergehauen. Oh, nicht schlecht. Boah, gar nicht mal so dumm. Oh, jetzt haben wir uns die Esch. Boah, jetzt bin ich ein bisschen vernachlässig, Tim. Jetzt haben wir uns die Esch. Oh, fuck. Wie kann der Zix mich den... Wie kann der Zed mich denn sehen? Ich war doch die ganze Zeit in diesem Unsichtballen Kings drin, ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich auch einen schönen Kill gemacht. Pass auf, hinter euch kommt Zed und Orianna kommt wahrscheinlich auch noch. Ja, für mich war es ein Problem. Okay, doch ein Problem. Oh mein Gott, doch ein Problem. Wie viel kommt da noch? Genau, genau da, wo du weggerannt bist. Sogar Nasus war hier. Genau da, wo du gegangen bist. Okay, den habe ich nicht gesehen. Genau da, wo du gegangen bist. Wollte ich gerade zurückgehen oder kam Zed und Moriana oder Orianna oder wie die jetzt heißt. Wie die haben nämlich gerade um die Ecke. Kam nämlich gerade um die Ecke und ich dachte nur noch so, ups, scheiße. Gut, okay, ja, dann... Scheiße, klar ist noch mal nicht. Scheiße, natürlich nicht. Scheiße, darf ich sagen, das zeigst du ja noch tausendmal. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt reicht es aber. Ja, gut. Okay, ich habe jetzt einen, ich muss meine 3 jetzt aktivieren nochmal. Lasst mich auf sie los. Mein Aktivschaden. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal schon mal eine schöne schöne Angriffsgeschwindigkeit. Ihr habt es gesehen. Ne. Orianna kam mir einmal zu nah und da habe ich sie fast komplett gekillt. Einmal zu nah. Allerdings kam dann die Tower. Ist dir zu nah oder was? Kam auch immer vorbei. Die kam mir einmal zu nah. Aber pass auf, dass ein Tower ist. Ja, die ist hier gerade. Pass auf, dass ein Tower nicht viel ist, gell. Nicht, dass der dann OP wird. Ne, ne, das ist echt schlimm. Musst du aufpassen, nicht, dass der sich zu viele Items kaufen kann, ne? Siehst du die Tower, klickst die Tower an, klickst die Tower an, auf einmal hat der Blutdurster und sowas. Hä? Ach, der Tower. Okay, ich habe einen zweiten Dragon. Das Lustige ist, der Tower hat sogar Items. Drei Stück. Jetzt kommt's. Durchdringende Kugel. Verstärkte Rüstung und Auge des Beschützers. Oh, 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 ich habe gleich einen Tod und zwar drei Stück. Okay. Bin entkommen. Na, das tut ordentlich wohl. Na, das tut ordentlich durch. War schon da drüben. Ich glaube, den müssen wir jetzt mal killen, weil sonst kriegt der, glaube ich, schon mal ganz auf Fuh hier. und dann ist wieder da ich will nicht wissen wie viele sticks der nasis hat er ohne mist oh mein gott wir müssen das ist der hat 206 oh mein gott kill ihn und nicht wenn der tower weg ist komme ich komme ich komme weiter habe ich den kinder ja ich habe ein nice alter hat er hat irgendwie die ganze zeit hätte ich noch ein jump gehabt dann der hat mir gerade 600 gold gegeben der nasus was will denn der maße mit die es und so die stehen vor seinem turm und er sagt mit ja der außen tausend ist nicht so wichtig dass er da ja aber wenn jetzt keiner runter geht ich bin drei level übersehen ich komme da jetzt runter und dann wird da ja du aber er meinte ja gerade wir sollen alle in die mitte ich würde erst mal ordentlich gepokt mein lieber ordentlich du hast mal anbrennen und zuschlagen und die hatten sich geholt auch nicht schlimm äh sag mal was schreiben die denn hier all mit and me solo mit das ist doch wieder widerspruch liegt widerspruch an sich ist egal achte aber nicht drauf lasst die mitmachen ich tue gerade ein bisschen die bot pushen schön fahren machen ja so okay ich komme mal die isch ist hier ja die isch ist hier ja die isch ist hier ob sie wirklich einen schützierten chance gegen mich hat sich aufgehielt ich bin gerade unten mit zwei leuten beschäftigt also ich sollte dir das hinkriegen der der die sind der ich brauche kill und ich brauche mana ich denke die meister report wir dann erst mal für beleidigungen nach lassen einfach in ruhe achte ich auf den chat das passt schon absolut davon im display sowas haben ist aber irgendwie lustig wenn die leute nicht mal rachen dass sie aufgenommen werden und dann die hat es so ein wie ich hätte so schön geholt auch dann kann das ist noch was das okay drei leute du bist auch hier vorsichter hau ab hier sind drei leute mann es gibt es gar nicht okay wann wenn das er nicht mehr wir waren hier den genau den einschlag man habe ich noch gemacht weil du wirst nicht mehr kommen deswegen jetzt noch angreifen können oder hast angegriffen kann ich habe es gar nicht drauf geachtet so ich habe jetzt ich habe jetzt hexblech tech gunblade und das andere ich habe mir erfahren als alter nur die sind mehr fahren als ich das war nur weil ich den fahren vernachlässigt haben wird zu sein und genau so sieht es in der stelle hier und genau so sieht es im renk auch aus ja eigentlich müsstest du sind an erster stelle stehen das ist ja das komische eigentlich schon eigentlich darf der jungen noch halb so viel fahren haben wie der rest des teams ja gut wobei du warst ja auch dann öfters mal auf den lanes nur zwei mal und dann habe ich unten halt die botte genommen gerade als niemand mehr unten waren so ich habe auch mal nicht schon dreimal gestorben ist ja nicht so ich mache mal den dritten 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 dreck am stecken ich glaube der sinnwissig gerade mein farm holen nehmen wir noch nicht okay ich hätte hier noch übel ist auch will auch will auch okay will auch nichts da niemand bekommt meinen farm fakt checks my jungle ist ja richtig so ich lasse niemand mein jungle ohne dass er fragt so wo kann man nicht gewöhnt hat die oriana das ist sehr schön ja komm runter ich komme zu ich runter hier ist eine gute idee wo sie denn der baby wo bist du hier auch auf die oriana oriana oh mein gott oder mein erster kill wunderschön gemacht ich will mir jetzt kurz an drängen so ich habe nicht mal ich hätte sogar spielen können wenn ich darauf geachtet hätte mein zeug einzusetzen ich habe ich habe zwei davon das ist ja das lustige ich habe nicht nur eins ich habe gleich zwei davon so hast du jetzt genutzt? warte warte, komm her, komm her, komm her komm her entgegen das habe ich beide eingesetzt oh man da klaut ihr mir den kill noch hier die alte wenn ich die erwische im richtigen leben das wird's böse so ich höre mir ganz kurz mal hier den tower mit den beiden jacks ist nämlich der ununstrittene tower basher bam 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 obwohl ich jacko das sogar besser finde muss ich sagen habe ich auch wieder nicht einen kill bekommen, das kann doch nicht sein gut okay ich höre jetzt auf damit oh mein gott 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 ich bin gestorben so was holen wir uns denn jetzt? ich hol mir das da ich hol mir das da ich hol mir das da wir haben ja eigentlich auch gleich gewonnen ja du kannst ja noch ein bisschen hinzukommen für's jetzt play ja na ich hätte sowieso gesagt hier mit diesen 50 minuten ja was da immer war okay dann auch 50 minuten da kriege ich dann drei folgen raus da haben die leute noch ein bisschen was zu klotzen du musst halt aufpassen dass unsere mittauer nicht fallen das ist das wichtigste jetzt ja vielleicht sollten wir das mal in den chat schreiben in chat wait wait to min 50 4 more xp wait also ich gehe jetzt nicht mal mit in die base ich lasse die drei das alleine machen deswegen werden sie es eigentlich schaffen 3 gegen 5 ich will nur ein paar kills machen ja aber dann mach 3 7 das ist don't kill nexus ok die macht mit sehr schön ich glaube er passt darauf dass die minuten das nicht machen wollen wir barrel machen ja admin 50 eh double xp ok dann sollen wir alleine losrennen so ja das würde ich nicht schaffen dann dann helft walk alone und wooo jump 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 ich habe gehört dass man die schwärzer nicht auf den baron anwenden kann ja hab ich mir auch gerade so gedacht wir machen baron wir machen ich glaube meine meine mein stand funktioniert auf den baron gar nicht ne glaube ich auch nicht lol eh eh bam oh nasus oh nasus ein kill free kill for me yeah sehr gut aber ich klappe dich gerade sehr nice so warte ich würde mich hier mal kurz die wölfe oder so holen ja ich hätte ja auch den gegönnt aber dann hole ich ihn mir ich brauche nur die wölfe ein bisschen leben weißt du ah den blue habe ich eh du kannst ja den blue holen ich habe gerade von nasus den blue bekommen brauche ich nicht brauche nur die das leben ein bisschen mehr wenn der 18 soll ich nämlich wieder fast los jetzt gehen sie ernsthaft zu dritt jetzt da rein schaffen sie nie oder doch schaffen sie auch nö komm ich will nicht dass sie es schaffen nein doch mal naja gut das war's für dieses spiel äh wäre schön gewesen wenn wir auch die 50 minuten vorgekriegt hätten aber ist ja nicht so schlimm wir sehen uns dann beim nächsten mal und adios meine lieben freunde auch wieder schauen was habe ich eigentlich für eine score gehabt schauen wir kurz nach 6 3 7 das geht ja okay tschüss